Herzlich Willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town. Mit dabei sind Nils, Nefi, Dadosch, Botster, Maxi, Fisk Dadao und Dalukat, der angeblicher größer ist als... Botster, über deine Bettgeschichten wollen wir eigentlich nicht so viel wissen. Du hast angefangen, hier persönlich zu wenden. Ich? Hallo. Ja, natürlich du. Was ist hier los? Ich häng scheiß Schwert, das geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Nee, abonniert mal den Kaffeebecher, ey. Der macht gute Minecraft-Bideos. Hier, ey, Minecraft. Aber es sind nur die gut, wo der nicht... Zwei Leute mitm Schwert. Oh, die turnieren sich. Oh, oh. Hey Nils, Nils. Du kassierst. Drück mal den Knopf hier. Komm, komm, kämpf, McFly. Ich kenn den Typen. Oh, okay. Oh, okay. Wer ist denn neu? Oh, Baby vom Goro. Vorm Dach. Jetzt, jetzt, jetzt. Lass mal kurz unterbrechen. Nein, er hat's voll gelassen. Ja, aber natürlich. Es riecht's. Okay. Ach nee, auf Goro, meinte ich. Ich hab von Goro gesagt, oder? Ja, du hast von gesagt. Warte mal. Oh, nein, die heiße Phase. Oh, nein, nein, nein. Ja. Oh. Oh. Auf dem Dach ist niemand mehr. Ich hab's in Poku vergegangen. Oh, 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 oh. Scheiße. Das ist scheiß Schwert. Das ist scheiß Schwert. Hast du geschossen? Nein. Oh Gott. Da oben ist Dardos, ja. Und, wer hast du noch? Ja, jetzt bin ich runter. Ja, Dardos hat mich grad mehr lang geschossen. Könnt ihr da hinten mal die Leiche kommt runter? Ich war bei Tautaut. Guck mal, wie wenig HP ich nur noch hab. Ja, das ist, weil du nicht ... Alter. Neffi, wo liegt noch ne Leiche? Hä, Neffi, wieso hast du das getan? Was hat er schossen, ey? Weil ich keine AP mehr hab und Angst hatte, dass er mich jetzt tötet. Oh Gott, lebst du noch? Nein. Okay, das heißt wohl nein. Nein! Nein! Dann muss es Fisk sein, ey. Friendship kommt runter, ich will es. Fisk. Der Fisk. Der Fisk-Tinator. Redet ihr nicht mehr? Bin ich alleine? Nö. Nein. Fisk ist es, oder? Guck mal. Ich glaub, ich ... Ich muss mir den Friendship ja auch gewöhnen. Irgendjemand hat er noch aktiviert. Ja, das zum Beispiel. Das hat aktiviert. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Scheiß neu werfen. Hallo Schiss, Mads. Fuck! Wenn ich ihn nicht sehe, hat er mich auch nicht gesehen. Ach! Schade! Doch, doch! Ach, was ist denn du da schönes? Von wem kam ... Von Botzer kam das Baby am Anfang, oder? Nö. Von Fisk. Ich war doch in uns. Von mir, ja. Wie funktioniert das explosive Baby eigentlich? Das schmeißt du und das explodiert, wenn es unten liegt und dann schreit es. Ja. Explodiert sofort, oder? Nein, nein, das liegt da nach. Es hängt an zu schreien und dann explodiert es. Ja, ich dachte, es explodiert sofort. Boah, lags. Und das hat die gleiche Flugkurve wie die andere? Macht der es auch? Ja, ja. Es tötet halt aber auch nicht mehr als Prop. Also du kannst damit ... Irgendein Propbaktor, hört ihr das? Hm? Die Gun ist back! Wir müssen die finden, sonst lag es. Nein! Ich hör's noch nicht. Ja, es lag, es lag hart. Ja, weil irgendwo Waffen rumbacken. Die sind ineinander oder so gespawnt. Ich hör's noch nicht. Ich hör die die ganze Zeit. Die fallen immer wieder rum. Vielleicht unten im Gästezimmer. Äh, im Gästezimmer. Jetzt! Hab sie sie gefunden? Nee, ich hör immer noch welche. Ja, aber jetzt lag das nicht mehr. Oh Gott, aus Lag heraus hab ich aus Versehen geschossen. Doch, das lag wieder. Das muss ja im Keller sein. Ja, da, ja. Ja, hier sie. Da, heb die auf! Ja, frei sie! Die Gun ist back. Das ist irgendeine Special Waffe. Nein, das sind einfach, das sind einfach... Okay, da sind 100 Waffen in der Nase. Ja, Intervention und die FG. Ey! Goro! Problem wurde überhoben. Auf 77! Ja, und jetzt töte ich dich mit dem Schwert. Nein! Au! Dalo, hilf mir doch! Du bist doch Detle, ey! Äh, er hat's wohl nicht angegriffen! Äh, was? Oh, da ist jemand umgefallen. Goro hat sein Schwert ausgepackt. Schnell, lauf! Lauf! So einen Apfel wegpacken. Oh, hier stehen Zombies! Ja, das ist da! Dosh! Was? Was? Die Zombies! Ah, die Zombies sind raus! Ey, hast du grad... Da, ey! Goro! Auf 15! Es war Bots da! Hä, was war ich denn jetzt schon wieder? Ich wurde auf 15 runter! Nein, das war keiner von euch beiden. Das kam von links. Da war zau zau. Oh, das war eine super... K, ich bin hier hochgesprungen. Wer liegt denn da jetzt? Wer hier wegläuft? Braucht ihr jetzt echt Health oder Nephi ist es? Oder Stoß? Das muss ich mir nicht angucken. Wo die Schwerder spawnen? Oh nein! Das ist wahrscheinlich die Küche gelaufen. Ah! Wahrscheinlich schon. Mit der Mikrowelle anscheinend sogar. Versuch der... Das ist nicht Leer! Ja, das ist ja... Wir werden doch triff... Natürlich treffe ich ihn nicht! Patrick... Nein! Doch! Oh ja! Nein, lass mich doch belegen! Maxi-Regel. Diese scheiß Neun Waffen. Ich hab die Mikro hingeworfen und mich weggerannt. Ja, vor allem Nephi hat mich abgeschossen, nicht dadurch. Woll ich nur mal sagen, der Spruch ging also ins Leere. Nephi, Nephi. Nephi, 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 Nephi. Das hast du übrigens wieder verpasst, Nils, oder? Oder war er dabei? Ne, da war ich dabei. Da hat er doch den Beep gemacht. Ja, heute kam das. Er hat das T gemacht, ja. Ein T. Das war die Folge mit Goro. Ja, bitte? Halt's Maul! Das war mega laut, ey! Er hat mal T gesagt und dann auf dem Tonband ganz oft hintereinander wiederholt. Wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Bozo ist Traitor. Ey, ich schieß drauf. Das sagt er nur, weil ich sterben soll. Goro ist Traitor. Hm. Weißt du was, Max? War zum Abschluss. Was? Ach nee, wie muss das sein? Was? Weißt du was, Goro? Halt dein Maul! Au! What's up! Was denn? War nur Spaß? War nur Spaß? Alter, Maul. Dadosch. Was geht ab? Hä? Du meinst Dalu, oder nicht? Dadosch. Dalu läuft hier! Nein, Tautau, Tautau, Tautau. Ja, tut mir leid. Mein Amy ist halt wieder am Arsch. Da gehört es aber nicht hin, ey. Am Arsch. Trifft er wenigstens die Schüssel. Am Arsch? Lebaguette? Am Arsch. Lebaguette? So hält Go eigentlich ein Shotgun-Schuss aus, ey. DGH-U-Tour. Irgendwie, ne, nach dem Winter. Ein paar Reserven angegessen. Mhm. Waren ja jetzt die Feiertage gerade. Hä, ist doch schon Neujahr. Ach ja. Das ist schon lange, neujahr. Alter, Junge. Frohes Neujahr. Frohes Neujahr. Die Folge gab's schon. Ist schon Gamescom, alt. Ich war schon, weil es die GC-Folgen hier, ja. Wieso wollen wir jetzt auf die SR1, ey? Max Nissen macht da Mist. Echt? Aha! Macht doch gar nichts. Aha! Das sind doch schon die Folgen für die nächste Weihnachtsbäschel. Da geh ich nicht lang. Hier glitzt schon wieder ne Waffe ineinander, ey. Nicht bei den Zombies langgehen, ey. Da, wo ich jetzt steh, meinst du? Ja, ja. Ja. Goro. Traut sich was. Soll ich dich da hoch boosten? Da hoch? Ja. Fisk verfolge sich. Achtung Schwert. Nils, klick. Warte. Sag, wenn... Bist du... Okay, drei... ist den Peperoni. Ey, warte mal, wenn ich sterb... Achso, Nils ist das. Ne, mach so und dann spring. Okay. Drei... Zwei... Eins... Jetzt... Oh, das war knapp. Jetzt seh ich, jetzt seh ich. Keine Einleitung. Drei... Zwei... Eins... Faszinato! Ich spring vom Dach! Das war Dalu, ey. Das war Dalu, ey. Ey, aber ich wollte ihn so vor dir legen, wenn du ihn mit der Crowbar geschubst hättest. Fisk ist es. Ist es Fisk? Ja, der wollte mich doch jetzt grad abschießen. Fisk wollen ihn abschießen. Abschießen. Piu, piu. Ach komm, Nils! Oh. Ach, Goro war's selbst. Ach, Goro war's. Okay. Ja, wer meint der denn, wenn ich die Fässer angeschossen habe? Ich bin einfach vom Dach gesprungen und dann alle Hüter mehr. Du hast hier hergeschossen noch. Ich stand ja hinter dir und Nils und wollte grad noch das Baby machen und dann kommen die Fässer. Ach so. Die Fässer, äh... Ihr hättet's beide rumgeschafft. Ja. Mann. War ja das Ziel. Mann. Ja, Mann! Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Max, hör mal rein. Aber man kann da nicht rein, ne? Von hier. Ne, ehrlich nicht? Ähm, ich hatte grad den, ich hatte den Feuermagier gehabt, das hätte ja funktionieren müssen. Und das ging auch nicht. Okay. Das ist ein total verbotener Gang. Das ist ein One-Way. One-Way-Ticket. One-Way-Ticket. Oh, hier ist die Tasse. Alter, verzieh dich, das ist meine Tasse, Junge. Verzieh dich. Ich hab mir gerade 90 Schaden selbst zugefügt mit dem Schwert. Nice. Geschieht ja auch recht vielleicht. Wisst ihr, Nils ist der Einzige, der ein Schwert ziehen kann und sich selber verliert. Beim, beim Ziehen. Und sich dabei die andere Hand abfällt. Die Hand angestellt. DALU ist es! DALU ist es! Halt, Fisk! Das war ein Dead Ringer. Ja, nein, Alter. Ich weiß, das ist ein Dead Ringer, ja. Da läuft er doch! Hab ihn! Ja, ich bin! Ey, Fisk hat den Detail angeschossen. Der hat er auch. Ganz umgebracht mit dem Schwert hinter mir. Nils hat sich mit dem Schwert. Kann ich jetzt geheilt werden, endlich? Ja, warte, komm her. Äh... Ey, Fisk, wenn du uns hier anschießt. Kann ich's fragen? Wie viel sollte ich euch anschießen? Achso, warte. Weil du uns hasst. Okay. Ja, dich hasse ich sowieso, das weißt du, ja. Hey, have a mad kid. Hey, have a mad kid. Hey, have a mad kid. Dankeschön. Ey, so vor uns. Eno kann eskalieren dann eigentlich. Echt? Mh. Am Arsch. Fisk und Bots da sind safe. Warum ist Tato noch? Fisk gibt noch? Ich neb noch? Ich bin safe. Tato ist schon wieder. Tato ist Leucheln. Geh dich gar nix an. Da geht der Detektiv versteckt. Gibt's denn zwei Schwert da? Ja. Es gibt, glaub ich, drei sogar, oder nicht? Ich kann ne Mikrolauf-Goro! Ja, das war Maxi! Scheiße! Hab ihn! Scheiße! Wo kamen die denn auf einmal hin? Alle lachen hoch. Lauf so die ganze Zeit in den Augen. Ich denke mir so, was mach ich jetzt? Nils, du hast dir keine 90 Damage-Sales gemacht, wie du das nicht sehen konntest. Vor allem hab ich mit der SW-500 den One-Shot-Waffe Dalu aus dem Centroger gefischt, ey. Die haben sie aber wirklich so interpretiert. Ich hab dir mit der Shotgun aus einem mehreren Film rückengeschossen, dann hast du, oh, ich hab mit 90. Ich hab's irgendwie so interpretiert. Boah! Ja, war gut geschossen. Vor allem, ich hab mich am Ende noch selber gespielt. Nein, du Arsch! Fick dich! Ja, genau! Fick dich! Weil ich ihn noch mit der SW-500 rausgecashed hab, ey. Rausgecashed? Ja, die hat ja nur einen Schuss. Wann auch so OP-Waffen nehmen? Alles klar, wenn ich's werd, ne? Protzer. Dann? Ey! Runtergeschubst hat er mich vom Haus! Ey, nun kann er skalieren. Aua, aua, da! Entschuldigung! Entschuldigung, es ist einer tot. Ja! Da, da! Junge! Du hast doch auf mich ge... Mutter geworfen! Komm her, komm her! Was willst du? Komm her, komm her! Fisk hat grad eingekauft. Und? Da ist jemand umgefallen. Und? Was ist dagegen? Da! Hab ich beobachtet! Und da ging auf den Dead Ringer an! Von wem? Von Dadoschka! Von Dadoschka! Ja, das war Maxi dann. Wir können ja alle mal mit dem Schmerz zum Ritter schlagen. Was war hier unter uns, Dadosch? Na klar, was? Da hab ich mir nur hier in meinen Rücken gezogen drehen. Ich bin auch in der Leiter hochgegangen. Was, bist du eigentlich so paranoid? Es ist Tau, Tau. Hier, Ghosthut! Tau, 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 Tau. Doch, du bist es. Ich hab dich gecallt, Fisk. Mhm. Hab ich mir aber Dadosch. Soll ich ihn einmal schlagen? Ist Dadosch jetzt frei? Tau, Tau ist frei zum Anschluss. Ach, Tau, Tau, okay. Na, kommt denn was! Mhm. Da war ein explodierendes Baby irgendwo. Baby, baby, baby. Also dich ist geschlagen Dadosch? Nö. Hier ist aber keiner, das heißt... Doch, er ist nicht geschlagen. Er ist bestimmt runter, eigentlich. Ja, aber du ihn nicht. No DNA! Shit. Jetzt. Jetzt, okay. Jetzt Maxi, du auch noch? Ja, jetzt ist Maxi nochmal schlagen, genau. Ja, Maxi. Oh Gott! Gar nicht wahr! Ich würd jetzt ja normalerweise sagen, Fisk schlagen. Ist der direkt auch los? Ich hab doch das falsch angekriegt, weil jetzt Maxi zweimal! Achso, sorry. Ist der Friendship direkt auf hier? Oh, ich seh ihn gar nicht. Ich seh ihn auch nicht. Oh Gott, Potsdam! Was? Hä, wie konnte Dadosch das überleben? Da ist der! Hä, wieso ich? Weil der Friendship genau bei dir war. Echt? Ich hab ihn nicht gesehen. Wer ihn nicht sieht, kann auch nicht sterben. Ja, so ist das. Tau, Tau, ist immer noch Traitor, immer noch Traitor, immer noch Traitor. Koho ist auch gar nicht Traitor gewesen, Fisk. Aber Tau, Tau. Ach, Maxi ist. Wieso bin ich? Wieso bin ich? Dann könnte ich jetzt den DTR schießen. Jetzt ist das Monatsapo wieder ausgelaufen. Das müsstest du doch als Verwalter des Traitor Passes ja wissen. Hast du denn Traitor? Na, Friends, hast du grad eingekauft? Ja. Ja, komm. Hier. Verrate ich dich nicht. Komm, liegt den Feuer. Da, Lu, da, du. Das hat grad immer ein... Guck ich auch. Hier, so. Ach Gott. Ist doch grad jemand gestorben, Fisk. Ja, hier, hier. Geht aber nicht hin. Das holst du ja auch auf dem Gewissen. Nein. Nein. Wen suchen wir denn? Darno und ich. Wieso denn mich auf einmal? Weil du mit ihm zusammen Chariter bist. Okay, ich glaube, Darno hat grad seinen Kollegen dann ausgerottet nach meiner Interpretation. Interpretation. Darno hat grad seinen Kollegen ausgerottet? Ja. Wo ist der Schlawiner denn? Da ist Darno, Maxi. Da ist Fisk. Ich darf das. Lass mich in Ruhe. Ich weiß gar nicht, Botzer war doch direkt hinter dir. Gerade. Da ist noch einer Dead Ringer. Nehme ich an. Wie liegt Botzer? Aber nicht Botzer? Shit. Nein. Da ist der Dead Ringer wieder angegangen. Oh-oh. 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 Ist nicht gut. Das gibt's nicht. Ich, ey. Statt normal drauf zu schießen, muss er nochmal Fässers vor. Ich hab mich mit dem Friendship selbst gekillt, ey. Das war so doof. Ich hab den Euro hingeschossen und bin durch den Geheimgang vom Traitor und dann war der da irgendwie auch. Obwohl ich da gar nicht hingeschossen hab. Nachdem du mich getötet hast. Der Tischkill war super. Du böser Bub. Konntest nicht mal was sagen, so schnell ging das. Doch, ich hab ja gesagt, dass wir zusammen waren. Doch, es hat den keinen interessiert. Mir hat's keinen interessiert. Das wissen wir doch schon alle langst. Im ist doch nichts Neues. Es ist gut. Halt's Maul, oder? Von wem redet die ganze Zeit? Wer war bei Nephi? Seine Freundin. Was ein Spitzname ist das? Hä? Ich muss mal kurz ein Runde auslaufen. Ich glaube, tschüss. Was Neues auf Reddit? Mhm. Einfach mal so, ja? Piss! Geweckt bist du? Ne, wie? Komm, ich geh auf den Tisch. Maxi! Okay, wir gehen auf den Tisch. Damit der uns heiterwischt, ja? Hast du den auf mich geschossen? Ach, du hast dich da durchgemacht. Tautau ist schon wieder tot, ey. Könnt's schon wieder nie. Der steht doch da. Ne, Tautau. Was war das denn für ein Geräusch? Huch. Wenn Tautau stirbt, macht der sonst immer so ne Geräusche. Das war so eine Einladung. Wir sitzen auf dem Pott. Immer wenn du stirbst, machst du noch... Nein, jetzt hängt das wieder an. Ja, verzeih. Dann versuche ich ihn mit Zombreißen, dass ich es nicht mochte. Man hört immer, wenn Tautau stirbt. Der macht immer... Der ist Dead Ringer gegangen, oder? Wer? Der ist Dead Ringer gegangen. Koro ist Dead Ringer gegangen. Wie geil! Doro. Wo ist er denn? Erst ins Haus muss er gegangen sein. Er ist Dead Ringer. Diesel Ringer. Ohhhh! Hab ich aber noch mal Glück gehabt. Wer hat Stardosch? Der ist daneben geflogen. Ey, irgendjemand hat den Zombie angesprochen und ist dadurch gestorben. Ich hab Goro erwischt. Gut. Goro ist Dead Ringer gegangen. Goro ist Dead Ringer gegangen. Dead Ringer gegangen. Ich musste erst mal so... Hä? Ich bin Ice-Snipe. Ich bin Ice-Snipe. Ich bin Ice-Snipe. Goro, hier, McFly, such mal die Leiche, die hier hinten irgendwo noch ist. Wo ist die denn? Hier irgendwo hinten dann, ne? Christoph, bist du jetzt hin? Ich bin hochgegangen. Ich bin noch einer. Einer ist runtergefallen. Ich glaub das ist außerhalb der Map hier, die da... Hey Tautor, konfirm den da hinten mal kurz. Tautor, ich bin gerade unterwegs. Ich beobachte dich. Drück mal den Knopf. Unser Dead hat grad... Dann kriegst du deine Lebensenergie zurück, ich pass auf. Ist der Dead jetzt tot? Ja, da kam ein explodierendes Baby an. Ey, hinter uns ist jemand gestorben. Romy und Julia, ey. Okay, damit bist du eigentlich safe. Wie wars mit das mit Dadosch? Exekutiert. Goro mach immer den Job, Alter! Vor-aim Dalu sagt, ich fall da runter und Dalu sagt, der hat Dadosch aber nicht so viel Glück gehabt. Ich war das, weißt du. Was soll ich denn machen, wenn McFly mich random anschießt? Das war Dalu mit der Rotation. MacFly! Ich wollte dich nur ein bisschen drehen, Goro. Dann sackst du das zusammen. Der hat halt Kreislauf, ey. Ich kann das nicht. Ich bin alt und gebrecht. Aber das sah so gut aus, weil die Rotation hat ja echt nicht viel Schaden. Ja, zwei, oder so. Ja, aber so ein Schaden kriegt, triggert die Kacke. Ich kann da keine Sau an. Und Koro sagt so, oah. Es war ja schon klar, dass ich es war. Ich habe ja selbst gesehen, dass ich nur zwei Schaden gekriegt habe. Das ist wie wenn du von der Leiter gehst und dann so ein HP wegkriegst. Und du gleich zusammen was sagst. Was ist denn, wenn Nils passiert? Ist er in Urlaub? Alter, wer schießt hier auf mich von der O? Babuschka. Kommt da durch. Das war echt gut gewesen. Ich mache die Fertisch. Nein. Ich mache die Fertisch, Junge. Ey, wer snaipert mich da an? Mach dich Krankenhaus. Ja, bestimmt nicht ich. Hast du jemanden gesehen? Nein. Das kam von deiner Richtung. Okay, dann habe ich es bekommen. Mhm. Aber das war keiner. Aber wenn Fist jetzt kein Dete wäre, ne? Wenn ich kein Dete wäre. Oh, Mio. Oh, Mio. Oh, Mio. Vielleicht habe ich trotzdem geschossen. Baby, Mama. Was? Wer zuerst die Waffe wechselt, den darf man abschießen. Okay. Wieso Worte nehmen? Was soll ich übersetzen? Nein. Nein. Oh, Goro hat es gewechselt zur Schottkorn. Nils hat. Nils hat. Nils hat. Nils hat. Nils hat in den Club. Schlagt auf ihn ein, du. Ich werde angeschossen. Ach nee, warte mal, der Zombie frisst einen auf. Der Zombie hat mich angeknabbert. Ich werde angeschossen schon wieder. Was? Oh, das war nicht anzuschießen. Was? Das war jetzt nicht so gut. Hallo? Geben und nehmen. Rechte Maus. Schon dabei, Mann. Gib nach die andere Maus. Mach die rechte Maus. Gib mir das Ding. Nein. Mach. Hauptsache, du machst was. Nimm die starke Hand. Was hast du denn? Hast du Antidote? Da passt auf. Mach mich auf. Ah, schade. Geht nicht. Sorry, man. Das ist kein Ding. Vor ihm steht Zauzau. Hinter ihm steht Zauzau. Wo kommt denn alle her auf einmal, ey? Wir standen da alle. Trotzdem habt ihr verloren, ey. Was? Das ist der Healthball. Oh, danke. Am geilsten war am Anfang. Ich sniper Tauto an. Linksklick ist anderen geben, Mann. Ja, das hätte auch nach 100 Mal. Äh, äh, äh. Äh, äh. Ja, weil das ging ja beides nicht, weil ihr es rumgezappelt habt, ey. Äh. Wir standen still. Ja, ja. Aber Hauptsache, äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Und Fist nur am Drücken. Das ist ja nur am Drücken, ey. Wenn's nicht geht, muss man her, dann drücken. Erste Regel. Das ist dein Lebensmotto, ey. Bis die Porzellanschüsseln herunterdrücken, ey. Wenn's bei Fist nicht geht, dann drückt er halt, ey. Fick dich halt weg. Boah, Fusten, ey. Das war aber knapp. In letzter Sekunde, da bin ich... Du sollst nicht ficken, aber ich... Es ist Nefi, Leute. Ich muss lachen, lass mich. Ja, du musst lachen. Keine Beinein kaufen. Das ist das falsche Spiel, Nefi. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Nefi, 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 ich bin... Fick dich denn mal. Fick dich denn viel. Fick dich denn viel. Fick dich mal. Fick dich. Ich versteh wieder ganz. Versteh ich's nicht. Ich versteh es nicht. Oh mein Gott, hier wurde einer erlankt. Dado ist es. Warum? Weil Dado ist tot ist? Wegen der Lache. Ne, Tautau ist tot. Das Dado ist tot, wusste man nicht. Aber das siehst du da. Ne, Dado lebt. Wer hat das scheiß Schwert hier unten hingelegt? Das liegt echt gut da, ne? Das war Maxi. Das war Maxi. Dado! Ja, ist doch klar, Junge. Wurde doch schon angesagt. Fick dich. Mach mal locker da. Kannst du nicht hochgehen mit dem Schwert? Ich hab noch Punkte. Ich weiß nicht was ich mir kaufen soll. Wir müssen da oben den Traitor jagen. Ja, geh du mal hoch. Ich guck draußen. Nimm da messen die Leiter. Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Hat der sich den Ratschlag zu Herzen genommen? Nein, Dado nicht. Ja. Magic makes it all complete. Magic is for buy. Magic is for ponies. Ja, ich bin wahrscheinlich nicht unter euch. Jemand anderes piept gleich. Renn zu den Zombies. Ach, das hat Zeit gekostet. Ja, ja. Oh. Du musst alles ruhig. Spannung aufbauen. Ja. Was soll das? Was soll das? Bisk ist ganz ruhig. Endlich. Dass er immer wieder da Beleidigungen gedroppt hat am Anfang der Runde. Du droppte die Beleidigung. Hey, lass mich in Ruhe. Es ist immer das gleiche in Boxster. Der kommt immer von der anderen Seite, ey. Der kommt immer von hinten, ey. Der kommt immer von hinten. Ja. Aber genau zu Runden anfangen. Was war mit Fisk? Ah, nein. Nix war mit mir. Nix war mit mir. Genau als die Preparing zu Ende war, hab ich ihn mit dem Schwert gekillt. Achso. Und dann... Oh mein Gott. Such mal der Fisk. Such mal Fisk schnell. Ist er das hier? Ist er. Ah, zu viel, ey. Es war das letzte Mal, dass du diese Weck gespielt hast. Genau das gleiche. Nein. Genau das gleiche. Au. Jedes Mal. Keine Waffe für dich. Und jedes Mal muss ich Rache nehmen, ey. Hat er grad auch nicht geschafft. Ist ja einfach zusammengesackt. Beim Leiternklettern. Jetzt. Wenn du da oben rumgekämmt hast, alter Camper. Ja. Mach dir beiden da. Mach dir beiden da. Au. Geh weg, alter. Fisk. Fisk? Hat Fisk dich gekillt? Ach, Quatsch. Ich hab' nämlich einmal getroffen. Na, Fisk ist es. Du hast es aber versucht, ne? Fisk ist mad. Fisk ist mad. Fisk ist mad. Ja, genau. Genau das war letztes Mal auf der Web genauso. Fisk ist mad. Da wollten wir grad'n Oney klicken, aber er hat die Chance nicht gemacht. Guck mal mit Oney klicken, ey. Da, der ist nur mit seinem Haus an der fast Ruhe hingeblieben. Ich wollte... So wie gestern. Ja, genau. Go, confirm, Deadwinger. Go, confirm, Deadwinger. Er ist im Schwert gelaufen und sofort tot. Das da schon wieder passiert ist. Das ist einfach unglaublich in diesem Spiel. Ich kauf' das Ding nicht mehr. Danke! Fisk ist der andere. Yeah. Mein Kollege hat mich gekillt. Das kann keiner von euch gewesen sein. Hey. Aha, Fisk. Aha, einfach hier ne Leiche vorbeilauf. Oh Gott, jetzt... Oh, ich bug hier gerade mega hoch. Warte, ne, 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 ne. Wo kam jetzt die Leiche her? Von Nephias. Ja, nicht von mir. Das ist doch hier einfach gespunnt. Das kann sein, dass es Nephi übrigens war. Ja, Nephi ist es dann auch. Das ist der Bug, der kommt man nicht mal. Ja. Hallo. Ne, ne, du bist doch grad. Hä? Du bist halt so doof. Was denn? Das versteh ich nicht. Was mir ist passiert? Der Derbringer ist doch gerade ausgegangen. Echt? Ja, Mann. Was mocht's hier noch? Er hat den doch von Goro gehabt, ihr Noobs. Gott, ich treff nicht! Ach, da ist er. Was? Nein, 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 nein! Ich mach dir, was ich will, Mann. Ist ja eh die letzte Runde. Äh... Nicht angekündigt. Muss also noch eine geben. Das könnte sehr lange dauern, ne. Oh, fuck, ich kauf grad... Ach, Botstyle. Weißt du, ich wehr mich nicht. Ich bleib da stehen und alle schießen mich nieder, weißt du? Der sagt es halt an. Sorry, Goro. Ja, erst mal hat Nils mich wieder... Ich hab selbst noch nicht mal gecheckt, dass ich den scheiß Dead Ringer aufgesammelt hab, weißt du? Weil das war nicht meine... Aber du musst ihn doch aktivieren. Nein, ich hab nix gemacht mit dem scheiß Ding. Lügenpresse. Guck mal, wo Füßen angeht. Den hast du noch rechtzeitig kaufen können. Den hast du noch kaufen können? Den hab ich am Anfang auf dem Auto bei. Am Anfang. Ja, eben. Ich sag sorry, Goro. Mein Fehler. Ja, ja. Nicht ganz. Ey, Fisk, jetzt will er sich an dem... mich... ...rechnen. An dem ich... Kennt ihr den nicht? Was ist der? Der? Der Richtige. Jetzt kommt da der Nächste! Das Schwert geht mir da rum. Wo kommen die Plasma her, Junge, Junge, Junge? Junge, Junge, Junge. Er kam bestimmt nicht von mir. Dann kam sie von ihm. Oh, scheiße. Oh, das war ein täglicher Angriff auf den Dete, Nils. Tätig, tätig. Alter, Nils verfolgt mich. Nils ist wieder auf... Dados springt hier über die Bäume, das verbogen. Ich bin auf ner Lampe. Dados schwirrt. Alter, gegen mich! Der war auch gegen mich gerichtet. Ey, das war Fisk, glaub ich. Fisk war das, Leute. Das war ne Famas, ey. Ich hab ne Scheiß. Yes, yes, yes. Tautoy ist für mich safe. Nein, es geht um die Zombies, du. Du bist auch für mich safe. Ne Famas, es geht um die Zombies. Welche Zombies auf der Map, ne, Fisk? No, die Zombies. Die kann ich von hier aus gar nicht noch gar nicht sehen. Fisk, welche Zombies? Alter, ihr habt eurem Scheißschwert, ne? Geh weg. Das ist kein Scheißschwert, das ist ein Holzschwert. Das ist zwar die selbe Farbe, aber... 50 Schaden. Fisk hat auf mich geschossen. Du hast mich auf mich geschlagen. Fisk gesessen. Du hast geschlagen. Komm, schlagt euch, schlagt euch. Es geht so viele Schüsse nach. Ey, der hat Gameson, glaub ich. Geht, ich... Ich schieß einen Schuss und lad fünfmal nach, ja. Tautoy ist safe. Ja, Tautoy ist auch safe. Au. Nester Portal. Es geht nicht. Was geht denn da oben? Ich hab nichts gesehen. Na gut. Da ist der. Hey, hier liegt ein Error. Fisk! Fisk hat Nils getötet. Warte, warte. Ich hab überhaupt nie... Ja. Nils liegt draußen, Fisk hat von oben... Da hat er schon Dalo. Oh... Fisk! Ihr beide habt Nils da draußen getötet. Hä, das geht doch gar nicht! Eben! Ja, da ist der Traitor. Das ist so stumpf! Ja, er hat jetzt zwei Leute beschuldigt, ey. So stumpf, Fisk! Dalo ist es! Dalo ist es! Hahahaha! Der Tonfall. Ja. Ihr denkt also, hier liegt richtig, ne? Hier! Der Traitor-Tonfall. Och, nein! Wo ist der Gauner? Der Schlaminer. Wo ist der Schlaminer? Der Schlaminer. jeder nicht hoch, der wartet da oben der wurde gemessert ist doch nicht verboten oh Gott nein, andere Richtung da hat es ja, ich wollte nur gucken ja, what the fuck, was gibt es da zu gucken? so ein Spektakel will man halt sehen dadurch geht zu sein, dass ich das Baby ins Gesicht hau zu sein, was